dann macht man sich so gut wo auch mein freundes ich immer hat bei jedem und einfach nur ein stück er hat ein paar und wenn man jetzt einfach mal alle dringend wenn du weg bist Jo wir müssen schon nicht vor roten zu den Julien in den Urlaub wenn ich in den Urlaub düst das alles schon vorher nicht mal für das Hochland bisschen oh ich will das schon Schaukel in die Sache werden wir schon hinkriegen dass ihr euren gewohnten Upload habt let my people go ok amazing ah heute kommt doch der Amazing Spider-Man oder? hm ah ne heute kommt doch wir sind Spider-Man im Kino oder? ich weiß nicht ob das schon kam oder hast bestimmt schon Film prämiert und so ne Shit aber The Amazing Spider-Man das freut mich ja dass die Non-Spider-Man-Film gemacht haben weil sie den ersten mal mit nem anderen Typ glaub ich mit diesem komisch Film ja ja kämpfer mal an der gleichen Stelle ist doch informiert ich hole mir jetzt einfach mal die Shotgun warte ich lieg direkt neben dir ja wo Moment wie 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 hier zu dritt hier liegen und gegen das die Händchen halten ich seh dich nicht ich find ey Leute ich find ich find kein von uns ich bin erster von blau ja 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 ok ich bin ich bin zweiter Jui ich kann's immer noch kann's immer noch aber wir brauchen eine für morgen für ja bei uns ist keiner mehr im Leben doch einer für morgen haben wir schon eine für morgen haben wir schon eine gell für morgen ist schon alles fertig ge-uploaded du musst nur noch aktivieren juhu ich mach das dann he 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 ähm Matti ist so gut im aktivieren ne und im monetarisieren und im monetarisieren wenn ihr euch fragt warum wir keinen YouTube Partner sind und trotzdem monetarisieren falls wir werden sollten ihr seid schon wieder äh ihr werdet eh keinen das mag er vielleicht recht haben ja aber falls den geringen Anteil falls wir es werden würden dann brauch ich nicht alles extra normal zu klicken ehrlich ja deshalb mach ich das alles das ist jetzt keine so gut Matti ist ein kleines Hobby geworden sei da mit dem Gaming jetzt aufgehört hat ne ja seitdem ich mit dem mhm sinnlosen Gaming aufgehört hat aber also ich ja 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 toll macht da weiter hier heißt einer Punkt mhm in 7 von 10 ohne dein Gaming Sachen hab ich mich ja schon abgemeldet ja außer Runescape jetzt hast du's gesagt jetzt werden mich alle hassen in der gibt's doch an sich kein schlechtes Spiel außer die Grafik naja die Grafik kannst du ja auch ein bisschen hoch aber die Grafik ich versteh dich grad ganz leise Matti an der Grafik kann man nichts mehr auszusetzen äh Matti ich versteh dich grad ganz leise ja macht mal weiter Leute zuerst immer schön und jetzt und jetzt äh geht's so ah wir sind wieder da warte jetzt jetzt bist du gut alles klar ich hab kurz weiterhin Skype verändert ah ok Skype ist saugenkind früher war's Fraps aber jetzt haben wir ja die Story die Grafik das ist so sehr viel besser und einfach zu verstehen finde ich das verstehe so, ey das war eigentlich so was von der Maßen unklump kompliziert ist schon wieder scheiße und das schon wieder so dumm war aber Fraps kommt mir irgendwie so ein bisschen glücklich vor ne Fraps kommt mir viel zu einfach vor da gibt es viel zu wenig Einstellungen ja die SMG ist doch besser ja in der Pumpkan kannst du zwar auch auf weiterer Distanz schießen lustigerweise aber die SMG schießt einfach direkt die Pumpkan muss tausend mal nachhören und dann gibt es überhaupt nichts voll unmütig die Pumpkan dann ziehe ich eigentlich oh mein Gott ey Loli Hagesgranaten denn wir müssen doch mal keine mehr haben bei uns auch das ist die Sekunde neue bekommen also ich bin immer noch mal die Leiche ne Mettjoe wissen du aber Mettjoe Zückerkill ne ja ja hätte ich jetzt vorgehabt ok mach ich immer noch nicht ok 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 man zum 10.000 von Mal heute flasche 3 2 ok ich bin ich jetzt ich bin ich bin ok ich bin ich bin ich bin das ich bin ich bin dass es weg Glaube ich. Ich auch. Und das war der Leon. Das war der Liu. Oh mein Gott, ich sehe jetzt 5 und wie er gut oder was. Bei mir hört man vielleicht den Ingame-Sound. Könnte sein, aber ich will es nicht so... So, dass ich irgendwie mehr kann müsste. Kann sein, dass wir hier im Part und wie gerade mal ein bisschen wenig labern, weil wir uns einfach konzentrieren müssen. Zu überleben, wir wollen ja unser Team, wenn wir uns der Best-Untertitel machen. Ja. Wie Bondsgabe? Was, Quen, Tem, Skype? Oh, scheiße. Okay. Was, Quen, Tem, Teamspeak? Oh, sind wahrscheinlich Skype irgendwelche? Ach, wer ist denn heutzutage über Skype? Skype ist voll Mainstream, ich nutze jetzt Facebook. Da sind auch nur über 500 Millionen Leute angemeldet. Da sind über 900 Millionen angemeldet. Ja, kann sein, ich bin nicht mehr so abgedreht mit Facebook. Ich kann mir das Thema Facebook-Sucht jetzt ansprechen. Ja, können wir machen. Facebook-Sucht, äh, Facebook. Facebook-Sucht. Ich bin gestorben. Toll. Doch, ich bin verabschieden und setz mal aus der Aufnahme. Alter, hast du gerade gehört bei mir? Da ging gerade voll die Party ab. Ja, ja, doch, das habe ich bei mir hier auch gehört. Ich würde mal sagen, wir bänden hier jetzt mal den Part, oder? Wir zocken noch gerade 5 Minuten, und dann ist der Part zu Ende, damit wir einfach eine richtige Länge hinbekommen, oder? Ja, das möchte man bei dir auch hinbekommen, oder? Äh, ich spiele schon wieder das Ding hier. Blau, blau. Oh, schon wieder das 2. Loll, Bug an mir. Ich bin natürlich grün gespawnt. Ich bin bei grün gespawnt, ja. Ach, das ist auch egal. Ich bin extra bei grün gespawnt. Echt? Ja, damit ich dich mal fertig machen kann. Ich mag dieses Map. Bitte bleiben. Ja, das auch. Ich liebe dieses Map. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Map. Die ist Talia. Nice. Ich liebe dieses Map. Oh mein Gott. Oh, jetzt mal ein bisschen, bisschen, bisschen los. Okay, go. Go würde ich mal sagen. Ach, ich bin gar nicht bei den... Was? Ich bin schon tot. Ich laufe geradeaus. Headshot mit der Sniper. Ich hab den Typ sogar noch gerade gesehen. Der kämpft am Tor. Metzelt der den nieder? Ich bin nicht. Loll, der ist einfach aneinander vorbeigelaufen. Loll. Ich bin nicht bei dir im Team. Ne. Schweiß. Ja. Also. Ich hab mich ja trotzdem schwer an Loll wer den in der Karte gekillt. Victor mit W. Oh mein Gott. Wie viele Gründe hier liegen. Hier aber nur liegen. Ach, der kommt ja noch. Waren fertig? Baby. Okay. Ich weiß, wie du noch weiter ist. Der ist hier. Da. Ja. Genau da, wo du meinst. So. Ich bin wieder da. Wieder gespawnt. Gebäude. Ich bin ja auch der Matty Bones. Matty. Matty, Gebäude. Mongo. Warte, danach müssen wir noch mal aufnehmen, gell? Was denn? Dann haben wir jetzt vier nachdem hier, oder? Ja, reicht doch. Ich meine für, äh, Donnerstag, eine für Samstag, eine für... Na, dann machen wir noch grad eine Folge danach. Haha! Das war ich. Und noch einer. Witch, verarschen. Nö. Du Hex. Du wirst gar nicht in dich reingepumpt hab' für Blei. Ja. Alter, ich weiß, wie viele Granaten. Haha! Da kommt... Warte, ich guck für dich im Ecke. Da kommt keiner. Danke. Ja. Danke. Da kommt keiner. Puh! Julius! Julius! Rarikus! Ach so, Granate! Hey, guck mal, hier schnell wieder! Juh! Juh! Lukas, büh! Also bei mir jetzt! Leg ich mal wieder zwei ineinander. Ist das echt ein Bug oder so? Hm. Okay, dann würde ich sagen, wir wenden diesen Path... Hiermit, okay? Äh, jo. Wird's dann. Dann fangen wir den nächsten an. Fangen wir den nächsten an. Vielleicht seid ihr grad ein bisschen kurzer als andere. Ich weiß es nicht. Ich seh es ja nicht wie lange ich aufnehme. Ja. Okay, dann bis gleich. Oh, es geht schon los. Okay, ciao. Ciao, Moment. Wenn ich die Ausgraden finde.